1, 2, 3! Charlie! Ist die schon auf dem Weg? Ja, da ist sie! Sehr schön! Hallo, Charlie! Wow, sehr cool! Und wow, wie viele junge Gäste wir auch heute hier schon haben! Ja, ihr wisst jetzt alle, dass ich Charlie heiße. Aber könnt ihr mir auch sagen, wie ihr heißt? Ja! Gut! 1, 2, 3! Peppa! Oh wow, guckt mal! Kommt zu uns auf der Bühne! Die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, heute auch mit dabei zu sein für euch. Dann wollen wir euch auch mal sehen. Hallo, Peppa! Hallo, Peppa! Oh, Papa Wutz! Und Papa Wutz und Mama Wutz und Charlie! Und Papa Wutz, hallo! Kommt zu uns! Wir sind so weit, also kommt, los geht's! Hallo zusammen! So schön, dass ihr alle da seid! Winkt uns doch alle zu! Wunderbar! Los geht's! Und Winkt! Sag hallo! Willkommen zu dir, Peppa Show Winkt! Sag hallo! Wir sind so weit, also kommt, los geht's! Ja! 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 Also, Peppa ist da, Schorsch ist da, Papa und Mama Wutz sind da, die ganz wichtigen Erwachsenen sind da! getanzt haben wir. Das heißt, es kann losgehen! Wuhu! Yay! Achari, du bist super! Danke! Sogar beim Regentanz, du. Ich liebe dich. Wunderbar! Und deine Kinder lehnen dich auch. Einzeltopfen. Aber jetzt ist es Zeit, oder? Ja, für einen Countdown? Genau. Also, vielleicht sollen wir mal üben, um es fünf zu zählen. Können Sie bitte mitmachen? Gut, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wunderbar! Aber für einen Countdown müssen wir eigentlich rückwärts zählen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das sieht so aus, als wären wir alle bereit. Ihr auch? Ja, super! So, Herr Kahn, ist gerade einfach gut. Ja. You are okay, counting in German? Ich frag sie gerade, ob sie jetzt wirklich in Deutsch zählen können. Also, die können das? Ja! Okay, die können wir lieben Sie. Dann fängt der Countdown jetzt an! Der Grund fängt vier, vier, zwei, zwei, eins! Boah! Dann haben wir den Peppper-Aufparkt! Applaus Aber die ist gar nicht schlimm, die kann man spielen Das ist alles geschieht Da wird um ein Mensch zu schritten Das weg zum Schrauben og da sind es gut Wie kam es? 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 Nicht so hoch bin ich, nicht so hoch. Ich habe mich, nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch. Was? 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 Alina! Kanna! Was? Ja! Eins, zwei, drei! Ja! Ja! Wow! So viele neue Freunde, Peppa! Aber Charlie, ich kann mich vielleicht nicht sofort an all diese Namen erinnern! Mach dir keine Sorgen, Peppa! Mit ein bisschen Hilfe kannst du jeden Namen hier lernen! Kann ich das? Ja! Du brauchst nur den Bing-Bong-Song! Der Bing-Bong-Song? Das ist mein Lieblingslied! Ich weiß! Ich zeige euch alle, wie es geht! Vielleicht kennt ihr ihn schon! Okay! Das Einzige, was ich dafür brauche, ist ein bisschen Musik! Mal schauen, was passiert, wenn ich das tue! Mal schauen, was passiert, wenn ich das tue! Mal schauen, was passiert, wenn ich das tue! Wir haben Musik gefunden! Wir haben Musik gefunden, Peppa! Macht ihr alle mit? Eins, zwei, drei! Wunderbar! Es sieht so aus, als wären wir bereit! Los geht's! Jetzt hier! Wow! Ihr habt es als Ekept für Charlie. Ich sehe es, Fimper, du machst es wunderbar. Und stopp! Hm, kann ich da noch jemanden sehen, der sich bewegt? Nein, ihr steht alle sehr still. Wow! Und an dieser Seite? Ihr macht das alle richtig, richtig gut. Wollen wir das nochmal probieren? Ja! Gut, okay, dann geht es jetzt los! Und stopp! Peppa, du musst doch still stehen! Ach ja, entschuldige, ich habe Charlie vergessen. Das bedeutet leider, dass du raus bist, Peppa. Oh! Hey, aber das macht nichts. Warum hilfst du mir nicht, hm? Du musst nur beobachten, wer sich bewegt. Oh gut, das kann ich machen. Perfekt! Gut, dann spielen wir es noch ein letztes Mal und sehen, ob sich noch jemand bewegt. Und diesmal habe ich Peppa, die mir hilft. Also müsst ihr wirklich, wirklich sehr still stehen. Fertig! Los, wir sagen Tschüss, wir hoffen, dass ihr den Tag genießt. Los, genießt den Tag, wir sind so weit, also kommt los. Los, wir sagen Tschüss, wir hoffen, dass ihr den Tag genießt. Los, genießt den Tag, wir sind so weit, also kommt los geht's. Das hat so viel Spaß gemacht. Das hat es wirklich, wirklich. Okay. PiratPiot! PiratPiot! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020